So, guten Tag meine Damen und Herren, wieder mal ein sehr unangenehmes Mikroklima hier im Saal, aber wir können froh sein, dass wir nicht in der zweiten Hälfte des Juli oder im August hier Vorlesung halten, da wird es ja wahrscheinlich noch mal ein bisschen wärmer sein und wir können auch froh sein, dass die Klausur AOD erst gegen Ende September ist, das heißt man kann erwarten, dass da wieder in den Hörsälen ein vernünftiges Mikroklima ist, sodass man sich dann auch vernünftig konzentrieren kann. Gut, wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Thema Betrachtung der Klausur, das heißt ganz konkret bisheriger Klausuren. Wir haben noch nicht die Aufgaben betrachtet jeweils, das waren bisher Aufgabe 8 im Jahr 2016, Anfang 2017 wird jetzt Aufgabe 7 sein. Wir haben noch nicht betrachtet, wie hier diese Aufgaben aussehen und wie sie sich lösen lassen. Sie sehen auch hier durchaus eine gewisse Anzahl von Punkten, die man dabei herausholen kann, die, wenn Sie sich das mal klar machen, durchaus eine Menge entscheiden können. Also ich gebe die Garantie oder ich habe sie schon gegeben, wie jedes Jahr auch, dass der Bewertungsmaßstab, die Schwelle zum Bestehen nicht höher sein wird als 50 Punkte. 50 von den 100 Punkten, die man in der Klausur erreichen kann. Ich hatte noch nie Grund, es abzusenken, das heißt gehen wir davon aus, dass es 50 Punkte sind und wenn Sie sich dann das Notenschema anschauen, dann stellen Sie fest, im Durchschnitt ist jeder Notensprung, jeder kleine Notensprung, also 0,3, 0,4 größer, ungefähr gleich diesen fünf Punkten, die man hier in jeder einzelnen dieser Aufgabe kriegen kann. Das heißt also, es lohnt sich durchaus auch diesen Teil der Aufgaben zu bearbeiten. Das ist zwar vielleicht relativ viel Stoff, aber durchaus im Wesentlichen, es ist ja der Vorlesungsstoff, der hier dann nochmal über die anderen Aufgaben hinaus betrachtet wird. Also zum Großteil Dinge, die auch gar nicht unbedingt so schwierig zu verstehen sind. Wenn Sie sich leicht getan haben mit dem eigentlichen Vorlesungsstoff, dann sollte das keine große Hürde sein, sich diese Aufgaben hier anzusehen. Die sind natürlich jedes Mal anders, aber natürlich auch in gewisser Weise typisch. Also wenn wir uns zum Beispiel mal die erste Aufgabe ansehen, eine Frage, die sich unmittelbar anschließt an die Vorlesung. So, dann werde ich mal hier mit dem Einfrieren spielen. So, in der Hoffnung, dass uns das jetzt nicht noch irgendwelche Probleme macht. So, in der Aufzeichnung sollte dann das Bild sein, dass Sie hier jetzt sehen. Also Teil A, fünf Punkte. Sie sehen, wir haben uns auch hier wieder die Arbeit nicht leicht gemacht, dass wir aber auch einiges, was uns erst bei der Korrektur aufgefallen ist. Denken Sie daran, in der Aufgabenstellung hier steht die Anzahl paarweise vergleichend. Das schließt sich nahtlos an an die Fragestellung etwa bei Komplexität von algorithmischen Problemen, als wir am Anfang dieses Foliensatzes bewiesen haben, dass das Sortieren, basierend nur auf paarweisen vergleichen, nicht besser als n log n gehen kann. Sodass also irgendwelche anderen Operationen, dafür gibt es dann keine Punkte, wenn das mit betrachtet wird, es steht in der Aufgabenstellung, paarweise vergleichen. Einige Punkte dabei, die uns so immer auffallen dabei, wo wir dann entscheiden, dass es da doch Punkte geben soll. Gut, die eigentliche Antwort ist ganz kurz. Alles weitere sind dann hier jeweils noch Anmerkungen, etwa wann es keinen Punkt gibt oder wann es doch einen Punkt gibt. Daran können Sie sehen, wie penibel wir da in Ihrem Interesse korrigieren, damit wir Ihnen dann, wenn Sie einen Punkt verdient haben, hier oder diesen jeweiligen Punkt, dann auch diesen Punkt dann bekommen. Sie sehen, das ist der Punkt mit dem Buchstaben a, die anderen sind jetzt weiter, dass man die einzelnen Punkte, da war nichts weiter mehr aufzuführen im Zusammenhang. Da gab es nur bei dem ersten Punkt, wann der worst case eigentlich eintritt, bei dem die Komplexität von Kix und N-Quadrat war, da gab es einige Unstimmigkeiten, einige Klärungsbedarf bei der Klausur. Auch hier wieder typische Sachen. Beispielsweise kann es oft sein, dass zwei Punkte vergeben werden für Dinge, die man auch, die man entweder, so wie hier in der Referenzlösung, getrennt voneinander betrachten kann und dann entsprechend im Prosatext oder die man auch zusammen betrachten kann. Vielleicht dann eben nicht mehr im Prosatext, sondern im Rahmen einer Formel. Selbstverständlich wollen wir Ihnen auf den verschiedenen Wegen, die Sie zu der Lösung kommen, immer die volle Punktzahl geben. Egal, ob Sie das jetzt so kurz und knapp in eine Formel gepackt haben oder so ausführlich und getrennt, so wie nach Referenzlösung. Gut, jetzt wieder das Freeze aus. Ich hoffe mal sehr, wenn ich öfters mal den Bildschirm einfriere oder nicht, dass das jetzt keine Konsequenzen hat auf die Saaltechnik. So, und das ist ein typisches Beispiel, was Ihnen immer mal wieder in dieser Aufgabe begegnen könnte, natürlich nicht muss. Ich mache hier keine Aussagen, keine direkten Aussagen darüber, welche Aufgaben oder Aufgabentypen in dieser Klausur rankommen, sondern ich sage nur, oder ich, das ist diese Beispiele, die wir hier durchgehen, sind typische Beispiele für das, was rankommen kann, aber nicht unbedingt rankommen muss. Zum Beispiel haben wir thematisiert beim Algorithmus von Dijkstra für kürzeste Pfade, dass die eine Voraussetzung ist, dass die Längen der Kanten alle nicht negativ sind, also null oder positiv und wir haben aber nicht thematisiert, wir haben thematisiert, wo das in den Beweis eingeht, den Korrektheitsbeweis, wir haben aber kein Gegenbeispiel thematisiert. Das habe ich mir für eine Klausur mal aufgespart. Und das ist jetzt ein Beispiel, mal wieder freeze. So, wenn wir uns jetzt das ansehen, wo wir mehr an verschiedenen Aufgaben, Ergebnissen, an Lösungen bekommen haben, als uns lieb sein konnten. Also da haben sich die Leute wirklich ausgetobt. Jeder hat sich da was anderes überlegt, sodass wir also eine sehr umfangreiche Referenzlösung brauchten. Zum Beispiel hier, da ist eine Minus zwei, das kann man vielleicht nicht so richtig gut lesen. Ja doch, es geht. Größer, ja, mache ich sofort. So, dass Sie hier sehen, der Algorithmus von Dijkstra geht, nimmt als erstes hier B, setzt die Distanz von B auf 2, danach nimmt er diese Kante, setzt die Distanz von A auf 3 und danach müsste er eigentlich diesen Knoten nochmal nehmen, setzt aber, aber der Knoten ist ja schon ein grüner Knoten, der ist ja schon erledigt, das klappt nicht mehr. Beziehungsweise, was haben wir hier, ähnliche Referenzlösung, wo er hier nie das beste Ergebnis liefert oder hier nicht immer das beste Ergebnis liefert. Der Algorithmus von Dijkstra hat ja einen gewissen Freiheitsgrad, nämlich, wenn beide Kanten gleiche Länge haben, dann kann der Algorithmus auswählen, welchen von beiden er nimmt und wird dann entsprechend, wenn er die falsche nimmt, Anführungszeichen die falsche, dann entsprechend die andere. So, nehmen wir es wieder ein bisschen zurück. So, ist das die richtige Größenordnung? So. Das ist natürlich der Punkt Korrektheit des Beispiels, da haben sich die Leute ausgetobt, die anderen Punkte sind wieder immer dasselbe. Es war gefordert, dass das Beispiel möglichst klein ist und das beste Beispiel, was wir selber gefunden haben, wurde auch nicht getobt von irgendeinem Beispiel, was wir in der Klausur gefunden haben bei Abgaben, bitte. Negative Zykel, ja, negative Zykel gibt es auch in irgendwelchen, das hier zum Beispiel. Das hier? Was ist jetzt Ihre Frage dazu? Ja, ja, das sind alles Beispiele, die wir gefunden haben in den Bearbeitungen durch die Studierenden und selbstverständlich wollen wir uns nicht irgendein Beispiel hernehmen und sagen, das muss sein und alle anderen Beispiele sind falsch, sondern jedes Beispiel, das funktioniert und da gab es dann natürlich auch sehr minimalistische Beispiele in der Form, wo wir gesagt haben, gut, das setzt natürlich gewisse Annahmen voraus, dass Schleifen erlaubt sind, beziehungsweise hier, dass das als ein Hin und Zurück, als Zykel zu sehen ist, sodass wir sagen, auch diese Beispiele sind korrekt, auch wenn sie nicht in dem Sinne minimal sind, also auch da wird der Punkt für Minimalität vergeben, auch wenn sie nicht in dem Sinne minimal sind, wie diese hier. Also Sie sehen, wir geben uns da Mühe, Ihnen Gerechtigkeit wieder fahren zu lassen. So, aber was hier auch nochmal wichtig ist, diese Punkte CDE, wo viele Leute Punkte verloren haben, ist, dass Sie bitte die auf die Fragen beantworten, die da stehen und nicht irgendwelche anderen Fragen beantworten, die da nicht stehen. Also, wie der Algorithmus vorgehen würde, welcher suboptimale Pfad dabei herauskommt und welcher Pfad kürzer wäre. Das habe ich hier ein bisschen anders formuliert, aber was ist der Fehler oder wann, wo wird der Fehler begangen, aber letztendlich ist es die Antwort auf die Fragen, die da gestellt sind und jeder, der diese Fragen, wie sie in einem Klausurtext bestellt, gestellt worden sind, beantwortet hat, hat entsprechend die Punkte CDE dazu bekommen. Gut, Sie sehen, es gibt noch weitere Referenzlösungen, beziehungsweise, okay, und was da jeweils CDE bedeuten. Also, das war wirklich ein Fehler, den ich gemacht habe, die Aufgabe so offen zu stellen, es hat uns eine Menge Arbeit gemacht, dass wir dann auch für die Punkte CDE jeweils andere Lösungen, andere, ja, verschiedene Referenzlösungen angeben mussten. Gut, also Sie sehen, eine Menge dabei passiert. Aber gut. So, das Free ist wieder weg. Die letzte Aufgabe hier war, die geht jetzt in die Thematik hinein, die weiterführende Thematik, Komplexität algorithmischer Probleme, Sie erinnern sich an die Thematiken, die Klasse P, die Klasse NP, die Klasse NPC und das kann eine tiefgehende Frage sein, das kann auch eine weniger tiefgehende Frage sein, so wie hier, dass ich einfach nur gefragt habe, was bedeutet es denn, dass diese TSP in NP ist, also im Wesentlichen anhand dieses Beispiels erläutert, was die Begriffe eigentlich angewendet sind, ohne dass man die Begriffe selber erläutern musste. Und dann sehen Sie hier, dass in dem Fall die Referenzlösung recht einfach ist. Man muss sich daran erinnern, dass wir es hier mit Entscheidungsproblemen zu tun haben, das heißt, das TSB, wie Sie es eigentlich kennengelernt haben, als Optimierungsproblem. Okay, kein Problem. Das TSB als Optimierungsproblem ist hier deplatziert, man muss erstmal dahin kommen, aber Sie sehen auch hier wieder, wenn man vergessen hat, dass es das zu erwähnen oder wirklich ganz vergessen hat, dass es ein Entscheidungsproblem gibt, dann wird einem das nur diesen Punkt kosten und nicht unbedingt alles weiter. Wenn man das nur nicht erwähnt hat und hier dann entsprechend weitermacht, dann kriegt man die Punkte B und C und so weiter durch. Gut, also eigentlich nur das, in diesem Fall eigentlich nur eine einfache Transferaufgabe, wo eigentlich im Grunde nur Ihr Wissen abgeprüft wird, das nochmal zusammenzubringen mit dem TSP. Und hier Sie sehen, dass Sie dann dafür, dass Sie die Sachen vernünftig aufgeschrieben haben, dass es dann entsprechende Punkte dafür gibt. So, das ist, damit sind wir mit der Klausur vom Sommer 2016, also vom Herbst 2016 durch. Und zu diesen drei Aufgaben, die ich jetzt besprochen hatte, gibt es da irgendwo noch Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann können wir noch die entsprechenden Aufgaben für April 2017 kurz durchgehen, was Ihnen dann nochmal einen Einblick gibt, was die Bandbreite von Aufgabenstellungen sein könnte, die Sie dann in der Aufgabe sieben dann erwartet in der jetzigen Klausur. Hier ein ähnliches Beispiel, wie wir es eben haben, ein Gegenbeispiel, ein bisschen komplizierter, ein Gegenbeispiel für einen Denkfehler. Da muss man vielleicht zweimal oder dreimal durchlesen, bis man verstanden hat, was da ist und dann ist die Aufgabe, glaube ich, aber auch gar nicht so schwer. Ja, man könnte, Sie kennen den Algorithmus von Brem. Der fängt an mit einem Startnoten und fügt dann immer und baut daraus sukzessive immer einen wachsenden, spannenden Baum auf einer Teilmenge der Knotenmenge auf, solange bis zum Schluss alle Knoten von diesem Baum aufgespannt werden. Jetzt könnte man ja denken, naja, zwei auf zwei, man könnte doch Bäume auch, wir haben das Prinzip Divide and Conquer kennengelernt, Aufgabenstellungen in zwei Teile zerlegen, links und rechts, jeweils für sich lösen und dann wieder verbinden. Ja, dass wir die Knotenmenge einfach beliebig, nicht immer einen Knoten hernehmen, sondern erstmal beliebig zerlegen in zwei Teile, vielleicht zwei gleichgroße Teile, links und rechts rekursiv minimalspannenden Baum aufbauen und dann in die Mitte zwischen den beiden die kürzeste Kante finden und die dann einfügen und die beiden Teilbäume miteinander so verbinden. Scheint doch eine sehr sinnvolle Vorgehensweise zu sein. Bin ich auch öfters mal gefragt worden von Studierenden, warum macht man das nicht so, so geht es doch viel einfacher und vielleicht auch sogar schneller oder zumindest genauso schnell und daraus habe ich dann, dass ich jedes Mal wieder Studierenden widerlegen musste, dass man das so einfach machen kann, habe ich gedacht, naja, mache ich doch mal eine Klausuraufgabe daraus. Natürlich mit entsprechender So-Formulierung, dass es machbar ist. So, jetzt wieder Freeze. So, und die Größe ist schon erstaunlich klein. Man kann schon auf drei Knoten, also das Dreieck, drei Knoten mit den drei Kanten, die diese drei Knoten zu einem Dreieck machen, kann man schon ein Gegenbeispiel bauen für diesen Ansatz, nämlich indem ich für eine Kante ein höheres Kantengewicht Sätze und für die anderen beiden Kanten jeweils ein kleineres, ein deutlich kleineres, jeweils eins. So, wenn wir jetzt diesen Graphen hier, die Knotenmenge, V1, V2, V3 zerlegen in zwei Teile, einerseits bestehend aus V1 und V2 und andererseits bestehend aus V3 alleine. Was ist der minimal spannende Baum auf V1, V2? Naja, das ist die Kante V1, V2 mit Gewicht 2. Es gibt keinen anderen spannenden Baum, also ist das auch der minimal spannende Baum mit Gewicht 2. Was ist der minimal spannende Baum auf dieser Knotenmenge, V3? Naja, leere Kantenmenge, nur diese eine Knoten, das ist der Baum, der einzige mögliche Baum. Und wenn ich die beiden jetzt hernehme und zusammenfüge mit einer der beiden anderen Kanten, die Länge 1 haben, einer von den beiden, dann bekomme ich insgesamt Länge 3 raus. Aber Sie sehen natürlich, wenn ich in einem Dreieck zwei Kanten der Länge 1 habe und eine Kante der Länge 2, dann nehme ich die beiden Kanten der Länge 1 her und erhalte einen spannenden Baum der Länge 2 insgesamt. Während ich hier mit diesem Konstruktionsprinzip Länge 3 rausbekomme. Das heißt also, es ist nicht im Allgemeinen eine Optimallösung zu finden, indem man die White & Conquer ansetzt, Knotenmenge in zwei Teile zerlegen, jeweils rekursiv darauf einen spannenden Baum, minimal spannenden Baum und beide Teilbäume möglichst billig miteinander verbinden. So, Sie sehen jetzt hier, die Begründung ist nichts anderes als das, was ich jetzt nochmal versucht habe zu sagen. Und es war auch gefragt, warum das die geringstmögliche Knoten- und Kantenzahl dann sein soll. Weil, wenn Sie zwei Knoten, wenn Sie ein kleines Beispiel haben, dann heißt es, Sie haben einen Knoten weniger, mindestens einen Knoten weniger oder Sie haben immer noch dieselbe Knotenzahl, aber mindestens eine Kante weniger. Da kannst du dich drehen und wenn, wie Sie wollen, Sie haben nur einen einzigen spannenden Baum, der da in Frage kommt. Das heißt, jeder Algorithmus, der einen spannenden Baum baut, wird einen minimal spannenden Baum bauen, weil es nur diesen einen spannenden Baum gibt, der nun mal minimal dann ist. Und auch hier ist es so, dass ich oft genug zur Erklärung noch was dazu schreibe. So stellen wir uns das halt vor, die Lösung, bestehend aus zwei Sätzen. Aber, damit Sie, wenn Sie sparsam sind im Aufschreiben, aber immer noch alles Wesentliche schreiben, damit Sie da auch Ihren wohlverdienten Punkt jeweils kriegen, schreibe ich dann sowas eben dazu, wie es reicht auch hier, wenn man den ersten Satz gesagt hat, weil daraus sich alles andere eigentlich von selber versteht. In dem ersten Satz steckt die Idee, die Sie zeigen sollen. Gut, ansonsten wieder Bewertungsschema, wie üblich, dass erst mal ein Gegenbeispiel konstruiert wurde, dass tatsächlich korrekt ist, dass die Begründung dafür, dass das Gegenbeispiel korrekt ist, die Sie liefern korrekt ist, dass Sie ein Beispiel liefern, das tatsächlich kleinstmöglich ist. Wenn es nicht kleinstmöglich ist, haben Sie einen Punkt verloren, ist jetzt nicht alle Welt. Und auch die Begründung dafür, dass es nicht kleiner geht, das ist korrekt. Okay, Sie haben, dann wird es mit den Begründungen natürlich auch schwierig, wenn Sie kein kleinstmögliches Gegenbeispiel gefunden haben. Okay, auch hier wieder, man kann die einzelnen Punkte teilweise auch zusammengefasst schreiben, also Sie müssen sich nicht irgendwie an irgendwas orientieren, dass Sie da eine Struktur einhalten müssen, die wir uns hier vorgeben für die Korrektur. Gut, das ist die Aufgabe A. Dann nehmen wir das Freeze wieder weg. Hier wieder ein Beispiel aus dem Foliensatz Komplexität algorithmischer Probleme. Auch hier wieder eine relativ einfache Transferaufgabe. Da dieser Foliensatz nicht, erstens mal nicht in den Übungen thematisiert wurde und zweitens mal auch ein bisschen sehr abstrakt ist, können Sie sich natürlich vorstellen, dass ich sehr vorsichtig bin beim Stellen von Aufgaben, die auf diesen Foliensatz rekurrieren und da nicht zu tiefes Verständnis versuche abzuprüfen. Was natürlich jetzt kein Freifahrtschein sein soll, einfach nur irgendwelche Details auswendig zu lernen. So, halt, das Freeze fehlt wieder. Bis jetzt hat sich die Saal-Technik ganz ordentlich geschlagen, oder? Also, ich hatte nochmal an die Multimedia AG geschrieben, dass es da die Probleme gab. Sie erinnern sich, dass da plötzlich Zeit versetzt, mein Ton, die Audiospur auf dem Lautsprecher, auf dem Saallautsprecher rauskam, ohne dass ich hier irgendwas gemacht hätte. Ich habe keine Antwort bekommen, aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Vielleicht wurde ja was gemacht. Ich schätze mal, ich bin dann wahrscheinlich auch einer der wenigen, die hier den Audio-Eingang überhaupt benutzen. Ich nehme an, die meisten Leute benutzen das Saal-Mikrofon und das geht über Funk dann irgendwo. Hier ist die Empfangsantenne, keine Ahnung wo. Aber während ich hier Audio-Input benutze von meinem eigenen Equipment. Aber eigentlich sollte sowas ja keinen Unterschied machen, oder? Sollte man meinen. Aber Informatik, IT und das Wort sollte. Sollte ja funktionieren, nicht? Sollte eigentlich funktionieren. Brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu kommentieren. So. Was ist jetzt hier? Die Aufgabenstellung. Okay, die Aufgabenstellung haben wir geklärt. Es war gefordert, dass Sie die Definition hier mal nennen und dass Sie dann damit argumentieren und genau das ist dann auch das Bewertungsschema, das dabei herauskommt. Sie benennen die einzelnen Punkte und in D und E argumentieren Sie dann damit einfach. Und Sie sehen, es ist in dem Fall auch wieder wie eben bei einer anderen Klausur bei der Aufgabe zu diesem Foliensatz eine recht einfache Sache. Wenn man die Sachen verstanden hat. Gut, wenn man die Sachen nicht verstanden hat, sondern auswendig lernt, dann wird man vielleicht, wenn man ein sehr gutes Gedächtnis hat, diese drei Punkte erwischen können. Aber ob man diese zwei Punkte dann noch hinbekommt, weiß ich nicht. Aber ansonsten geht es ja hier, haben Sie ja gesehen in den Aufgaben, ganz und gar nicht um auswendig lernen. Ich möchte noch einmal dringend warnen, und das kann ich nicht oft genug sagen, vor vier Gewinns. Wir wissen gerade im letzten Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Leute wirklich auf Lücke gelernt haben. Offensichtlich auch das Klausurblatt mit Lücken, das ich ausgegeben habe, wie jetzt auch dieses Jahr, verwendet haben, um möglichst zielgenau ihre Vorbereitung zu optimieren. Mit dem Ergebnis, dass offensichtlich viele Leute sich da verpeilt haben und leider am Bestehen vorbeigerutscht sind und offenbar bei vielen Aufgaben, bei mehreren Aufgaben überhaupt keine Vorbereitung gezeigt haben. Wir haben das auch gesehen beim letzten Mal beim Bonus, beim Bonus, dass viele, viele Leute, die einen nächsten Bonusschritt in Reichweite hatten, vielleicht gar nicht mal so viel hätten tun müssen, um einen nächsten Schritt zu kriegen, doch diesen Schritt nicht gemacht haben. Wir sehen auch hier wieder, dass offenbar viele Leute gar kein Interesse am zweiten Nabla-Testat haben, was okay ist, sparen wir halt Totorenzeiten. Was für uns ein Indiz ist, dass es für viele von Ihnen vielleicht doch nicht um die Note geht, sondern nur ums Bestehen, kann man in gewisser Weise verstehen, weil bis auf weiteres sieht es ja so aus, wenn Sie hier einen Abschluss haben, dann werden Sie keine Probleme haben, einen guten Job zu kriegen. Insofern kann man verstehen, dass Sie nicht so scharf hinter Noten her sind, wie vielleicht in vielen anderen Studiengängen. Aber mein Mantra dabei ist, aus vielfältigen Erfahrungen der Studierenden, wer eine 4 sicher erreichen will, sollte auf 2 lernen. Ein schönes Nebenergebnis könnte natürlich sein, dass man dann tatsächlich auch eine 2 bekommt, wenn man auf 2 gelernt hat. Gut, also ich kann nur warnen vor viel Gewinnt. Ich habe oft genug gesehen, dass die Leute da mit reinfallen. Gut, hier sehen Sie nochmal irgendwelche Wort-, irgendwelche Terminologie-Sachen. Wenn die Leute an bestimmten Stellen etwas uns darüber schreiben, in der Terminologie, dann sagen wir auch, das ist okay. Wenn wir das schon nicht im Aufgabentext geschrieben haben, dass Sie immer von algorithmischen Entscheidungsproblemen reden, sondern wenn Sie dann immer nur von Problemen reden, dann sollen Sie auch Ihre Punkte bekommen. Gut. So, das Freeze wieder weg. So, eine weitere Aufgabe. Jetzt hatten wir bei der anderen Klausur nicht. Also Sie sehen, es geht nicht schematisch vor, dass immer eine Teilaufgabe aus jedem Bereich oder so genommen wird, sondern ich lasse da durchaus den Zufall walten, damit Sie nicht, und versuche das auch zu kommunizieren, so wie jetzt, damit Sie nicht auf die Idee kommen, zu versuchen, Muster zu erkennen, wo keine Muster sind. Also, eben was ich sagte, das ist immer eine Aufgabe von der und eine Aufgabe von da und so weiter ist. Das und eine Aufgabe von diesem Typ mit einem Gegenbeispiel und eine Aufgabe von diesem Typ. Das ist alles nicht der Fall. So, hier geht es jetzt um den Foliensatz als algorithmische Konzepte, ganz konkret um die dynamische Programmierung, die wir da betrachtet hatten. Und Sie sollten hier, wenn Sie diese Klausur mitgeschrieben haben, manche Teilnehmer der AOD in diesem Semester haben diese Klausur mitgeschrieben, dann wäre die Aufgabe gewesen, das zu zeigen, dass Sie verstanden haben, wie dynamische Programmierung funktioniert, indem Sie dieses Konzept auf eine andere Problemstellung angewendet hätten. Also, die Problemstellung wird hier beschrieben, Sie haben zwei Strings und die Distanz ist die ganz normale Distanz, dass, wenn Sie von Algorithmen zu Datenstrukturen kommen wollen, von diesem String zu diesem String, dann müssen Sie sechs Buchstaben hier rausstreichen und zehn Buchstaben hier wieder einfügen. Also der gemeinsame Kern von Algorithmen und Datenstrukturen besteht dann aus wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Also aus fünf Buchstaben in der richtigen Reihenfolge sind der Kern von Algorithmen und Datenstrukturen, das A zum Beispiel dabei. Was ist das nächste dann? Wahrscheinlich, ich habe es mir vorher überlegt, wahrscheinlich das R dann, das T und EN, genau. Fünf gemeinsame Buchstaben in derselben Reihenfolge. Und da das Ganze ein bisschen Overkill wäre, wenn ich Ihnen die Aufgabe nur so gestellt hätte, gibt es dann natürlich noch einen Hinweis, der sich unmittelbar anschließt an die Art und Weise, wie dynamische Programmierung eingefügt wurde. dass ich Ihnen den Hinweis gebe, im Prinzip, wie die Rekursionsgleichung aussieht. Wenn Sie das Prinzip dynamische Programmierung verstanden haben, dann können Sie unmittelbar aus der Rekursionsgleichung den Algorithmus bauen. Es ist immer dasselbe Prinzip. Können Sie blindlängst dann bauen. So, das sind diese Aufgaben. Also hier sehen Sie, von den Korrektoren auszufüllen. Gibt es zu diesen drei Aufgaben noch hier von dieser Klausur noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Bitte? Achso, wir sind ja gar nicht in die Referenzlösung reingegangen. War Ihre Frage jetzt, wie die Referenzlösung aussieht? Wie der Algorithmus aussieht? Naja, so wie es in der Referenzlösung steht. Oder was meinen Sie? Das ist der Standardalgorithmus für diese Problemstellung. Ja, natürlich erwarten wir nicht, dass Sie in der Klausur schreiben, siehe Lehrbuch oder so etwas. als, dann habe ich aber die Frage noch nicht ganz verstanden. Warten Sie mal, ich habe jetzt doch vergessen auf die Referenzlösung eingegangen. So, Rekursionsanker macht man sich klar, wenn einer, man guckt natürlich immer hin, wo sind die Randfälle und kann dann feststellen, naja, in dem Moment, wenn einer von den beiden Strings leer ist, wissen wir ganz genau, was der Unterschied ist, nämlich die Länge des anderen Strings. Und wie sieht die Rekursionsgleichung aus für die beiden Strings S und T? ist der Unterschied zwischen den Strings S und T ist entweder der Unterschied zwischen S' und T', wenn die beiden gleich sind, wenn die beiden zusätzlichen Buchstaben identisch sind, dann ergibt es, dann ist ja S' T' und ST unterscheiden sich nur dadurch, dass ein Buchstab hinzugefügt wird, der identisch ist, das heißt, der Unterschied ist 0, bleibt dasselbe. Wenn andere Fälle sind, dass wir bei S den letzten Buchstaben wegnehmen und das mit T vergleichen, da gibt es dann einen zusätzlichen Unterschied oder dass wir bei T einen Buchstaben wegnehmen und mit S vergleichen, da gibt es dann auch einen zusätzlichen Unterschied. Ansonsten ist es so, wenn die beiden nicht gleich sind, dann bleibt es hier beim selben. Wir vergleichen S' einen Buchstabe weg mit T und haben einen Mehrunterschied oder wir vergleichen T' mit S und haben einen Mehrunterschied, aber hier gibt es einen Unterschied, nämlich, wenn wir den Vergleich von S und T auf den Vergleich von S' und T' zurückführen, dass wir dann zwei Unterschiede haben, warten Sie mal, ja genau, zwei Unterschiede, einer weg, ein Buchstabe weg und der andere Buchstabe muss stattdessen da hinkommen. Ich weiß nicht, beantwortet das Ihre Frage oder geht Ihre Frage noch in eine andere Richtung? Ja, der Algorithmus kommt jetzt, das ist jetzt die Rekursionsgleichung. Die Rekursionsgleichung beschreibt die Optimalität des Ergebnisses, beschreibt, wie man rekursiv eben die Optimalität, den optimalen Ergebnis für S und T bekommt, unter der Annahme, dass wir diese drei Fälle schon betrachtet haben. S' T, S' T' und S' T'. Ja, das sind drei Fälle. Einmal nehmen wir nur von S einen Buchstaben weg und vergleichen die beiden. Einmal nehmen wir nur von T einen Buchstaben weg und vergleichen die beiden. Einmal nehmen wir von beiden einen Buchstaben weg und vergleichen die beiden. Diese drei Möglichkeiten gibt es, wie die Optimalität zustande kommen kann, nämlich, wenn wir hier einen wegnehmen, bei S beispielsweise zu S' kommen und T gleich lassen, dann ist das optimale Ergebnis von Delta S' T dasselbe wie das optimale Ergebnis von Delta S' plus noch einen Unterschied, nämlich, dass diese eine Buchstabe mehr bei S gegenüber S' diese eine Buchstabe mehr ergibt diesen Unterschied. Ist das klar geworden? Okay. Und hier müssen wir natürlich unterscheiden, ob wir hier einen Treffer haben, dann heißt das, wenn der Vergleich von S und T ergibt dasselbe Ergebnis wie der Vergleich von S' und T', weil das, worin sich S von S' und T von T' unterscheiden, ist dasselbe, gibt keinen weiteren Unterschied. Und wenn das letzte Buchstabe jeweils ungleich ist, dann ergibt sich hier eben sogar zwei als Unterschied, eins wegnehmen, eins hinzunehmen, um von Algorithmen zu Datenstrukturen sozusagen zu kommen. Gibt es an dieser Stelle bei der Rekursionsgleichung nach Fragen? Bitte? Okay. Die Frage war, ob man nicht einfach den einen durchgeht, alle findet, die im anderen vorhanden sind, die dann rauslöscht und dann guckt im zweiten Schritt, wie es dann weitergeht, was man wieder zufügen muss. Das würde dann, denke ich, funktionieren, wenn es auf die Reihenfolge der Buchstaben nicht ankäme. Aber hier kommt es auf die Reihenfolge der Buchstaben an. Da steht nirgendwo eine Aufgabenstellung. Moment, da muss ich die Aufgabenstellung nochmal ganz vornehmen. die Anzahl der Lösch- und Einfügeoperationen, die mindestens nötig ist, um S in T zu transformieren. Da weiß ich nicht, wie Sie, S in T sind zwei Strings, das heißt, nicht zwei ungeordnete Mengen von Buchstaben, sondern zwei geordnete Sequenzen von Buchstaben. Und ich muss auch sagen, dass niemand in der Klausur da ein Missverständnis hatte. Niemand von denjenigen, die die Aufgabe bearbeitet haben. Bitte? Inhaltliche Frage zur Rekursionsgleichung. Da. Zur ersten Zeile. Der hier. Wenn die beiden Buchstaben gleich sind, ja. Man entscheidet sich nicht dafür, die erste oder die zweite oder die dritte Version zu nehmen, sondern das wird entschieden, automatisch entschieden durch diese Minimumsbildung. Durch das Minimum wird das entschieden. Das ist keine willkürliche Entscheidung, die man freitreffen könnte oder müsste. So. Die beiden hinteren Terme weglassen die beiden hinteren Terme weglassen nicht unbedingt. Sie können sich sicherlich problemlos ein Beispiel konstruieren, bei dem das Minimum tatsächlich nicht in dem Fall, sondern in einem von den Fallen angenommen wird. trotz dieser Gleichheit dieser erste Fall bei der Minimumsbildung nicht unbedingt der beste ist. Sie meinen, die Argumentation ist, wenn der Buchstab überhaupt vorkommt, also wenn es überhaupt eine Gleichheit gibt, dann macht man keinen Fehler, indem man die gleich setzt und den Rest, so war die Argumentation, könnte, okay, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sofort beantworten, es kann sein, dass man in dem Fall tatsächlich, okay, also ich sehe ein, ich kann es nicht sofort beantworten, es könnte tatsächlich sein, dass in dem oberen Fall wir uns sicher sein können, dass diese beiden Fälle nicht vorkommen können, das wäre denkbar, aber ich kann es jetzt weder auf die Schnelle verifizieren noch falsifizieren. Wenn uns jemand damit überrascht hätte, hätte er natürlich auch seine volle Punktzahl bekommen. Andererseits diejenigen, die das auf diese Art und Weise gemacht haben, haben natürlich auch ihre volle Punktzahl bekommen. Interessanter Hinweis, muss ich nochmal drüber nachdenken. Wie sieht der dynamische Programmieransatz jetzt aus? Also, dass das Ganze so abstrakt ist, liegt natürlich daran, dass es jetzt keine didaktisch aufbereitete Präsentation von dynamischer Programmierung ist, sondern es ist einfach eine Referenzlösung, die verwendet wird zum Korrigieren. Dementsprechend ist sie kurz und knapp und schriftlich gehalten, ohne Bilder oder sonstige didaktische Hilfsmittel. So, Sie sehen, man sollte es nicht als programmiersprachlichen Code schreiben, in irgendeiner Programmiersprache, sondern umgangssprachlich, aber trotzdem kurz, präzise, unmissverständlich schreiben und dann kann man einfach sagen, die Dinge, auf denen ich rumgeritten bin, dass wir hier die Matrix berechnen und dass es auf die Reihenfolge ankommt in der die einzelnen Werte berechnet sind, aber man hätte entweder schreiben können, eben was ich gesagt habe, es kommt darauf an, in einer Reihenfolge, dass es geeignet ist, dass jeder Wert da ist, wenn er gebraucht wird, es wäre auch okay gewesen oder beziehungsweise es war auch okay, wenn man eine konkrete Reihenfolge konkret angibt, also innere Schleife geht so, äußere Schleife geht so, wäre alles okay gewesen. Gut, gibt es dann zu dieser Aufgabe, also erfahrungsgemäß ist dynamische Programmierung tatsächlich etwas, was man sich erstmal ein bisschen erarbeiten muss, aber das Knapsack-Beispiel, das weiter hinten kommt, beim Thema Granularität, in diesem Foliensatz, ist denke ich ganz gut geeignet, um sich das Thema dynamische Programmierung ein für allemal zu erarbeiten und wenn man sich das erarbeitet hat, ist eine Aufgabe diesen Types nicht allzu schwierig. Eine einfache Transferaufgabe dann wieder. Bitte? Also wenn man den Algorithmus falsch versteht, was heißt das dynamisch umsetzen? Sie meinen, wenn man das, was hier unten steht, D und E korrekt schreibt, für seinen falschen Algorithmus, dann würde man D und E die Punkte bekommen, sofern es nachvollziehbar ist. Irgendwo ist natürlich die Grenze der Nachvollziehbarkeit erreicht. Übrigens ist die Grenze der Nachvollziehbarkeit bei vielen Teilnehmern schon in Puncto Lesbarkeit Schönschrift erreicht. Also da haben die Korrektoren immer wieder regelmäßig dran zu knabbern und oft genug muss dann erst in der Klausureinsicht der Teilnehmer sagen, was da eigentlich steht, was er da eigentlich geschrieben hat, sodass er dann tatsächlich vielleicht doch noch den verdienten, also nicht dank seiner Schrift nicht verdienten, aber dank seiner Gedanken verdienten Punkt bekommt. Ist Ihre Frage damit beantwortet? Wir wollen nach Möglichkeit Folgefehler nicht bestrafen, aber diese Möglichkeit ist natürlich auch grenzengesetzt. Man kann nicht jede Bestrafung eines Folgefehlers wirklich ganz vermeiden. Bei der Klausureinsicht kann man vielleicht noch ein bisschen was dann da korrigieren. Gut, so, das ist jetzt diese Klausur gewesen. Ich möchte aber noch mal auf das Klausurblatt mit Lücken zu sprechen kommen, hier an dieser Stelle, nämlich, weil die Aufgaben 8, die Sie jetzt eben gesehen haben, von 2016 nicht hundertprozentig repräsentativ sind für alles, was da potenziell kommen könnte. Es können Aufgaben kommen, die völlig analog sind zu Aufgabe 8 in den beiden Klausuren, die wir eben gesehen haben, aber es können auch mathematische Aufgaben zur Komplexität Funktion kommen. Also hier, das was hier steht, Verständnis fragen, zu den Algorithmen und Datenstrukturen aus der Vorlesung, sowie zu deren Korrektheit und Komplexität, das ist das, was Sie jetzt auch gesehen haben, in den Klausuren von 2016, 2017, das haben Sie auch gesehen, diese beiden Foliensätze beziehungsweise Videos, da haben Sie Beispiele jetzt gesehen, unter anderem jetzt eben die dynamische Programmierung, dass das auch drankommen könnte, das hier war so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, in der Klausur bisher, habe ich jetzt wieder hineingenommen, ist aber kein Grund zur Panik, es ist im Prinzip etwas, was Sie aus der Vorlesung gut kennen, nämlich, dass Sie erinnern sich an diese ganzen Ob es dann mit der Saaltechnik alles klappt? Soweit, so gut. Ja, dass Sie mit diesen Dingen ja, so viel dazu, was ist das? Die eine Folie will er nicht, ist jetzt auch nicht die wichtigste Folie, da waren die Monome drin, es ist doch erstaunlich, ich sehe hier im Preview sehe ich die nächste Folie, die zweite Folie und jetzt sehe ich sie nicht. Na gut, wie auch immer, dass Sie mit diesen Regeln herumspielen können, nicht zuletzt vielleicht auch mit der Regel von Lobbytal, Sie kennen solche Sachen auch aus der Theorie, dass Sie mit solchen Sachen hier umgehen können, beispielhaft beispielsweise Lobbytal anwenden, so wie wir das hier gemacht haben, um zu beweisen, dass bestimmte Funktionen schneller, asymptotisch schneller wachsen als andere Funktionen, dass dann eben der Bruch gegen Null konvergiert oder wenn Sie es falschrum machen gegen unendlich, was heißt falschrum, wenn Sie es halt andersrum machen und so weiter, hier und sofort, solche Sachen, mit solchen Sachen umgehen, wo Sie im Prinzip ein bisschen nochmal Schulmathematik Analysis da anwenden müssen, nicht tiefgehende Schulmathematik, auch hier mit der Urnotation, sowas kann passieren, was da so alles die Unterschiede sind oder die Gemeinsamkeiten, was ist Groß O, was ist Klein O, wie verhält sich O zu Omega, dass Sie diese Sachen halt in relativ leichten Beispielen anwenden können. Sie müssen ein bisschen wo etwas erwartet wird von Ihnen, irgendwelche Kenntnisse aus der Schulmathematik beim Thema differenzieren, irgendwelche Regeln, irgendwelche Ableitungsregeln, werde ich sie nochmal, sofern das der Fall ist, werde ich sie nochmal auf dem Klausurblatt hinschreiben. Sie müssen keine Ableitungsregeln oder was auch immer sonstigen Regeln aus der Schulmathematik, aus ihrer Formelsammlung wissen, sofern es nicht hier thematisiert worden ist. Viel ist ja hier nicht thematisiert worden, dass die Logarithmen alle asymptotisch gleich schnell sind, wegen der Einlogarithmen Formel und so ein bisschen was. So, gibt es an dieser Stelle Fragen dazu, also hier wird ein bisschen ihre Analyse Kenntnisse, weil sollte eine Aufgabe dieses Typs kommen, sind ihre Analyse Kenntnisse dann ein bisschen gefragt, aber wie gesagt, Kenntnisse aus der Schule setze ich nicht voraus, sondern gebe sie dann an, gegebenenfalls. Gut, dann möchte ich zum Abschluss der Behandlung noch auf ein Blatt zu sprechen kommen, das ich schon ausgegeben hatte. Sie sehen, bei solchen Sachen schreibe ich immer eine Versionsnummer hin. Ich will nicht ausschließen, dass es nochmal Grund gibt, eine neue Version dazu auszugeben, dann schicke ich eine Moodle-Mail entsprechend rum, damit Sie wissen, da ist eine neue Version raus. Im Prinzip sind es die Standard Geschichten, ja, also bitte nicht Ihre Ausweise mitbringen, die Sie eigentlich immer bei jeder Prüfung mitzubringen haben. Sie bringen Ihre eigenen Stifte mit, farbecht, dokumentenecht, blau oder schwarz und bitte keine Diskussion, ob Ihre Lieblingsfarbe jetzt irgendwo grün, blau, kariert auch noch erlaubt ist, sondern bitte einfach blau oder schwarz und keine Diskussionen. Dokumentenecht heißt natürlich auch keine Blei- oder Buntstifte, ansonsten was es halt so gibt, Kugelschreiber, Füllerfeldstifte und so weiter, Sie kennen das ja, bringen Sie sich sicherlich mehrere Stifte mit. Wir haben zwar Stifte noch in Reserve, falls Ihre Stifte ausgehen, aber natürlich auch nicht unbegrenzt viele. Bitte daran denken, keine Hilfsmittel erlaubt. Und gut, hier, Sie können sich denken, dass hinter jedem einzelnen Teilsatz schon eine Geschichte steht, die dazu geführt hat, dass ich diesen Teilsatz dann aufgenommen habe. Also bitte keine Kartoffelschips oder ähnliches hier dann knuspern, weil die Akustik macht alle Leute nicht nur in ihrer unmittelbaren Umgebung, sondern auch darüber hinaus wahnsinnig. Und dass Getränke oder Esswaren nicht intensiven Geruch verbreiten sollten, muss ich leider auch aus Erfahrung nochmal erwähnen. Alkoholisch und so weiter brauche ich auch hoffentlich nichts dazu sagen, ist glaube ich sogar durch die Hausordnung verboten. Gut, das ist eben woran Sie vor der Klausur denken sollten. Wenn Sie zur Klausur kommen, ja, ich kann nichts dafür, ich könnte mir auch was besseres vorstellen, als 8 Uhr morgens Klausur zu schreiben und 7 Uhr morgens schon da zu sein für Einsatz Besprechung. Ich kann mir da wirklich was besseres vorstellen, 10 Uhr vielleicht oder 11 Uhr oder so etwas, aber das haben wir nicht in der Hand, wir müssen das nehmen, was uns von der Zentrale vorgegeben ist und das bedeutet, 8 Uhr beginnt die Klausur, wir haben den Raum auch nur bis 10 Uhr 30 oder 10 Uhr irgendwie was reserviert, bis kommt, das heißt, wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Sie bekommen dann noch die Information per Moodle, das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, alphabetisch, alle von A bis so und so viel gehen in den Raum, alle von so und so viel gehen in den Raum, jeweils natürlich der Nachname. So, viele von Ihnen werden sich ja wahrscheinlich vorher schon in dem Saal einfinden und werden sich dann natürlich setzen wollen, ist natürlich okay. Beachten Sie bitte, dass Sie beispielsweise hier in diesem Raum erste Reihe hier im Niedrigparkett dann die dritte Reihe, dann die fünfte Reihe und auch im Hochparkett dann erste Reihe, dritte Reihe, fünfte Reihe und so weiter. Also immer von unten hoch gezählt, sodass es da keine Missverständnisse gibt, dass die einen von oben runter zählen, jede zweite Reihe freilassen und die anderen von unten runter zählen und dann passt das nicht zusammen und dann müssen welche noch umziehen, das wollen wir nicht. Also lassen Sie erst mal zwei Plätze frei, wenn Sie reinkommen. Problem daran ist, dass wir die Hörsäle überbuchen werden, das heißt, Sie kennen das vom Flugzeug, man plant von vornherein, es werden von vornherein mehr Tickets verkauft, als überhaupt Leute Platz finden. Wir machen das nicht so, wie das vor ein paar Monaten bei Delta Airlines war, dass wir die Leute dann rausprügeln. Sie erinnern sich vielleicht an die hässlichen Nachrichten zu dem Thema, aber es kann sein, wenn das mit der Überbuchung nicht so klappt, wenn nicht so viele Leute der Prüfung fernbleiben, wie es der Erfahrung entspricht, das ist natürlich von Semester zu Bemester durchaus unterschiedlich, dann kann es sein, dass nicht alle, die wir zu einem Hörsaal eingeladen haben, dann auch in diesem Hörsaal Platz finden und dann werde ich Sie nochmal bitten oder die Aufsicht, wer immer dann in Ihrem Saal die Aufsicht führt, dann wird derjenige Sie nochmal bitten, ein bisschen zusammen zu rücken, dass dann nur noch ein Platz zwischen Ihnen frei bleibt, so von vorne nach hinten. Gut, also Lichtbildausweis Studierendenausweis vorher ablegen und sich dann nicht mehr bis zum Ende drum kümmern, wir kommen vorbei, gucken es an, gucken, vergleichen, Matrikelnummer mit der, die Sie vorne aufgeschrieben haben, auf Ihr Klausurblatt und dann sind wir zufrieden. So, sollten Sie noch irgendwelche Gründe haben, zurückzutreten aus Gesundheitsgründen, in dem Moment, wenn die Blätter ausgeteilt sind, ist das nicht mehr möglich. In dem Moment bekommen Sie eine Note beziehungsweise wenn Sie dann noch aus Gesundheitsgründen zurücktreten, bekommen Sie die Note 5. Also bitte auf jeden Fall darauf achten, nicht zu spät zurücktreten. Sie können noch im Saal zurücktreten, aber erst, aber nur noch bis es losgegangen ist. auch hier, falls Sie noch Hilfsmittel brauchen, zum Beispiel für das Buch bitte vorher melden. Gut, während der Klausur, ich weiß nicht, wie weit das wo gehandhabt wird, wir haben das immer so, Sie melden sich sehr, sehr sichtbar, aber ganz, ganz leise, also tonlos und wir sehen das typischerweise ziemlich schnell, dass Sie sich melden und kommen dann zu Ihnen. Alle Erfahrungen nach bei einer Klausur, die so beginnt, wird sich spätestens so gegen 9 Uhr der Kaffee melden. Also es ist schon interessant, wie von der Tageszeit abhängig das ist, wie viele Leute auf die Toilette müssen. Ich vermute mal, es hat mit Kaffee oder Tee am Morgen zu tun, weiß ich nicht. Gut, brauche ich nichts dazu zu sagen. Das ist nochmal wichtig, dass das klar ist, Sie können von uns weitere Schmierpapier bekommen, so viel Sie wollen und also so viel sinnvoll ist natürlich, Sie werden nicht den ganzen Stapel von uns kriegen und das wollen wir gar nicht mit einsammeln, das geben Sie nicht mit ab. Oder Sie können noch eine weitere Blätter für Ihre Lösung bekommen, das sagen Sie bitte sofort an, wenn Sie das Papier bekommen und dann heften wir das sofort bei Ihnen an, Klausur an. So, und bitte, wenn Sie den Saal verlassen, warum auch immer Sie den verlassen, gerade hier beim Audimax beziehungsweise auch bei anderen Hörsälen ist es so, dass die Türen ziemlich laut schlagen, wenn man die einfach hinter sich zufallen lässt. So, wir werden ganz am Ende dann noch sagen, okay, bleiben Sie jetzt bitte sitzen, bis die Klausur zu Ende ist, bis alles eingesammelt ist, damit es dann am Ende nicht einen großen Aufruhr gibt, damit das Ganze noch in vernünftigen Bahnen bleibt und Sie bleiben dann auch bitte sitzen bis zum Ende und das ist noch mal wichtig, dass Sie nichts liegen lassen, auch es ist auch schon mal ein Smartphone abgegeben worden nach einer Klausur, da das Fundbüro der TU Darmstadt schon zu war, das war eine Klausur eher gegen Spätnachmittags, blieb mir nichts anderes übrig, als das Smartphone mit mir zu nehmen und dann erst am nächsten Tag auszuhändigen, also der Studierende musste dann in meinem Weise den PIN korrekt eingeben, um das Smartphone zu bekommen, muss nicht sein, ne? Gut, das sind jetzt die Instruktionen zur Klausur, haben Sie dazu an dieser Stelle konkrete Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich an dieser Stelle die Aufnahme beenden.